Hast du dich erkältet? Nein, im Kühlschrank fand ich gut. Allein schaffe ich das nicht. Musst du ja auch nicht. Ich bin ja nicht die Einzige, die den Traktor fahren kann. Aber Anne fährt morgen wieder. Du bleib doch einfach noch ein bisschen länger. Anne! Was ist denn jetzt wieder los? Weißt du, was sie hat? Ich brauche Tanzkinder. Ich brauche Kapanochen, weil sie es ist, dass sie ganz gut ist. Ich brauche Kapanochen, weil sie es ist, dass sie ganz gut ist. Ich brauche Kapanochen, weil sie es nicht so gut ist. Ich brauche Kapanochen, weil sie es nicht so gut ist. Ich brauche Kapanochen, weil sie es nicht so gut ist. Untertitelung des ZDF, 2020